Bereits seit Mai 2018 gehen Boris und Lilly Becker getrennte Wege, mehr als fünf Jahre später sind die beiden nun auch auf dem Papier offiziell geschiedene Leute. Wie die bunte Unterberufung auf eine Gerichtssprecherin in London berichtete, sei der Fall abgeschlossen und nicht verschoben, wie zunächst vermutet worden war. Demnach war ursprünglich für kommenden Montag, 18. September, eine Anhörung im Londoner Familiengericht geplant gewesen. Die jedoch kurzfristig abgesagt worden war. Offenbar, weil die ganze Angelegenheit bereits durch ist. Die Tennislegende hatte erst kürzlich die endgültige Eheauflösung beantragt, der Lilly nun schriftlich zugestimmt habe, wie es heißt, weshalb sich der angesetzte Termin erledigt habe. Damit ist das einstige Traumpaar nun also offiziell geschieden, was jedoch nicht bedeutet, dass die beiden sich nicht schon bald wieder vor Gericht gegenüberstehen könnten, um endlich die Unterhaltszahlungen für den gemeinsamen Sohn Amadeus, 13, zu klären, denen Boris derzeit nicht nachkommen soll. Die Frage des Kindesunterhaltes ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens, hatte sein Anwalt Christian Oliver Moser im Vorfeld des Scheidungsprozesses klargestellt. Der dreimalige Wimbledon-Sieger werde seine Verpflichtungen jedoch, sobald sie geregelt seien, vollumfänglich erfüllen. Lilly Beckers Anwältin Patricia Kronemeier war sich derweil sicher, dass der Ex-Mann ihrer Mandantin die Unterhaltsregelung für den gemeinsamen Nachwuchs immer weiter hinaus zögere und freiwillig keinen Cent für seinen Sohn zahle, wie sie gegenüber bunte erklärte. Doch auch abgesehen von den fehlenden Unterhaltszahlungen liefert sich das Ex-Paar bereits seit langem eine hässliche Trennungsschlacht. So nannte Lilly den Vater ihres Sohnes zuletzt unter anderem einen Teufel. Boris sei ein Narzisst und ein Egoist, der sie seit dem Liebesaus vernichten wolle. Inzwischen sind beide längst wieder glücklich vergeben. Die gebürtige Holländerin ist seit rund einem Jahr mit dem Düsseldorfer Fußballberater Thorsten Weg, 54, liiert. Bobbele lebt mit seiner aktuellen Partnerin Lilian de Carvalho Montero, 33, in Italien. Ob bei dem Ex-Paar nach dem Scheidungsdrama nun etwas Ruhe einkehren wird, bleibt jedoch abzuwarten.